und herzlich willkommen zu diesem video es ist mal etwas anderes da wir heute pushen werden neben dem ich bin gerade silber 3 mir fehlen 20 r punkte auf gold und ja ihr werdet im video sehen ob ihr es geschafft haben oder nicht ich hoffe es gefällt euch gibt support ich grüße eure nüsschen und ja viel spaß im video round 1 fight ja die andere kacke da komm schau es auf Kölz Baudelow der Familie die Städte nicht kräftig sie spielen dann bist du noch schlecht er ist etwas du musst er noch klingt mit einer normalen Wettungsgebiet sich besser wird mit einer der das glaubt dass ein kleiner Marketing ich hab's machen gerade mit den neuen Kliniken nach dem Direktor Er hat mich auf den Platz genommen. Aber Gras ist der für ja, Dinge. Die haben Pöse. Die haben mich auf den anderen genommen. Sie haben mich auf den anderen genommen. Dich haben viel Geld von mir. Dich haben auch ein paar Minos. Was ist der Geld? Pass auf. Ich denke, sie sind alle auf den Platz. Wie ich sehe, genau tot. Anna, die lebt noch. Wir müssen pushen. Hinter uns. Ja, dir gibt es direkt nur One-Tap. Akzent oder was? Das ist gut jetzt. Dass du Deutsch redest. Oh. Ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor dir. Die anderen auch? Ja, ja. Außer Josh. Ja, ja. Hallo, hallo. Du sprichst in Deutschland? Ja. Er ist keiner von uns. Jetzt alle da oben. Boah. 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 Okay. Oh fuck, man. Ey, ich habe einen Kill gemacht. Geil. Äh, ne. Ich habe die Uwender gekillt. Ey, ich bin geflasht, man. Das ist Ability. Ah, der Phönix hat dich geflasht. Geflasht. Der ist da drin. Der. Oh nein. Oh nein. Schnell. Ah. Stark. Ich bin schlug. 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 So, Freunde. Das war's mit dem Video. Bro, was? Ach du Scheiße. Jetzt. Ich bin ein bisschen B. Ein bisschen B, ja. Du geh vor. Tschö. Ja, der Mann, der war ein Dahl, Mann. Was war's? Josh. Doch, nein. Kann er defuse, Neville? Dein Kumpel. Ja. Nein, Digga. Ich hatte jetzt für irgendeines... Ich fiel schon, wie auf dem Ding da. Aber geschützt. Oh, schade. Ja, ach. Noo. Nice try. Mit Deutsch, du besser. Richtig. Sprech Deutsch. Ich hab kein Ende, du Scheiße. Spass. Ich kann kein Englisch, du Spass. Ich kann kein Englisch, du Spass. Where are your parents? So. Ja, nice try, Digga. Hä? Ach nee, Jasper. Ich darf mich als Musiker. Nein, meine Origin hat keine Animation. Ich hab's vergessen auszuwählen. Oh, nein. Aber Omi, ich hab's gesehen, du hast Gecko abgeschossen. Mich? Doch, doch. Vorher. Hilfe. Hilfe. Nein, Mann. Wieso machst du das die ganze Zeit? Hulti, ja. Ich hab's hinter dir gehen. Boah, Digga. Aus dem Leben genommen. Boah. Ich hab das Falsche genommen. Egal. Es gehörte zu meinem Play. Oh mein Gott. Mann, die Scheiße. Hätt ich noch mehr Vandal gehabt, Mann. Die erste, hallo. Minus 90. Jetzt steh ich wieder. 2, 4, Mann. So ne... Oh, ne. Nimm sie. Me, George zusammen. Die erste kommt gleich von hinten. Ich glaube, die sind B-gebucht, die erste. Aber die war in der Mitte vorher. Könnte nach B gegangen sein. Wir sind ja B. Ah, nein, ich mein A. Ich weckte so was immer. Ne, die sind B. Mach mal die Kugel da weg. Auge rein und rein. Du bist der Beste. Wir lieben dich. Da muss man, da muss man carry'n. Chill doch deine Eier. Digga, was war deine erste Runde, wo du KISS geholt hast? Was? Schlau zu, du, dein Sohn! Ja. Arlen, wie schaffst du abgekommen? Wo ist ich? Arlen 2. Arlen 2. Arlen 2-0. Wow. Oh Mann, ich hab diese Logo. Boah. Reiner. Boah. Reiner. Der liebt mich. So geil. Ohne dich, Tim. Ohne deinen Call. Wuuu. Hallo. W-Win, was? Hallo. oh nein ich habe mich noch getroffen ich habe mich noch nicht direkt um die ecke was da sie sind 9 120 120 josh stepp auf josh der ist hier rechts um die ecke die halbe rund umgang ja ich hab drei kills was ist was zum müllsack 2 ach so ja ok origin ohne animation besser wow wow der pullet der pullet pullet ab in die tippe gut ruhe mit ihr jetzt sagst du mein freund sportfreund Pferde ich wollte sagen Prozent der neue Pläne wir aus dem meine Goldiebte ich mich auseinander mit einer Fäden und Sprit einfach umgekehrt woher es gibt es auch gut im gesetzungen und er und denn cementer und den 70 0,00 04, ich habe jetzt jemand anderes gekauft einfach bloß gemacht der profi ich habe auch bloß gemacht also wenn du irgendwann irgendwie investiert ich bin reich und ich scheiss ich bin ja auf dem spot aber er gibt mir immer und ich fühle mich nein das alle glaube ich alle unten phoenix wirft dein e rein dein e ja josh holt doch noch ein schöner 4er kind josh 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 ich flash rein ich flash josh 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 das josh ne flucht vermag des klima Von hinten kommt der andere Phönix. Oh, hat mich geblendet. Strong. Wir haben ja nie gespielt. Aber es ist gut, dass wir nachher angreifen. Da muss ich auch mal noch einpälen. Wenn die kommt. Digga, hä? Na, du hast die hässliche. Die spiele ich nicht. Die glaube ich nicht, aber ich finde die geil. Sind die alle mit? Ich glaube schon. Was macht John? John! John! John meine ich. Josh! Mach sie kaputt, Josh! Digga. Du schaffst das. Push einfach. Du hast nicht mehr zu verlieren. Renn einfach. Mach was! Scheiße, scheiße, scheiße! Wo ist er? Wo ist er tief? Hinter dir! Hinten wahrscheinlich drin. Rechts! Unten! Scheiße bist du, du bist kacke! Scheiße! Alter! Schorsch, nein! Ich hab mich gebetet für euch! Ich hab mich gebetet für euch. Jorsch lebt noch. Wir müssen reinpushen. Schorsch. Wir brauchen nachher deinen Wingman. Ich hab den nicht, ich hab den nicht. Nein! Die Bombe, die Bombe! Wir haben dicke Probleme, Arnet. Chill. Wir haben Probleme, Nevio. Ja, pull it, Marv. Ich sag es euch. Ey, Junge, ich hab Arnet. Namm du dummer. Dummer Kackspass. Namm du und so. Feuer! Feuer! Die Feuerwehr. Ich bieten die. Ja, das war nicht deine Schuld. Halt deine Fresse. Hä? Ich hab gesagt, das war nicht deine Schuld. Du Spasti. Stirb! Nee, very komisch. Ich weiß nicht, was du auf Englisch heißt. Weird, du Schwanz. Sorry, Englisch, Nevio. Dann will er mir sagen, was machst du mit deinem Mikrofon? Schnauf jetzt, Digga. Was willst du von mir? Das ist Pablo. Pablo. Oh, was, Digga? Pablo. Felix, du trollst doch, oder? Mach gar keinen... Ich weiß. Diese Astra. Woher wussten ihr? Ja, ey, man merkt richtig, du bist ein richtiger Lutscher. Lass rotieren, lass rotieren. Armin nach mir. Du bist erster Tabelle, wie scheiße. Apot, Digga. Und die Cinco. Ich weiß nicht, das ist der beste, oder? Ich hasse Spectre, Digga. George, kommst du nachher Fortnite? Die Kapaz. Fortnite Babies? Hab dein grabbing, Digga. Rundleon Battle Royale. Hab Aura? Wie kannst du Aura spielen, wenn du willst. Das war da auch immer Tim, diesen scheiß Spike, nimm diesen Tim, diesen Spike-Spiegel. Josh! Hey, Chop! One, Chop! Der ist im Maul. Ich bin so komisch. Der ist nur noch Phoenix. Boah. Ich hab grad Schalke schon. So eine smokest du mal geil. Josh, konzentrate! Wenn ich sie heal, du heal! Wir sind die Leute. Josh! Wir sind die Leute. Rotate, rotate. Rotate, rotate. Josh! Josh! Josh, wir gehen. Josh, wir machen den A's. Wir machen den A's. Behind you, Josh! Oh, das ist der Neveo. Das ist der Neveo. Ja, Josh. Das ist der Neveo. Das ist der Neveo. Aber ich selber heal, Josh. Natürlich! Das ist... Das ist... Das ist... Revive mit Josh. Oder revive any... No. Josh, revive! Nooo! Er ist auf der Wall! Josh, das war's. Was soll er reviven? Das war's, Josh. Du musst deine eigene Soul reviven. Dieses Video geht international. Ha! Rotate, 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 rotate. Yes! Smoke? Smoke Türe hier. Hab nicht mehr. Du Hurensohn. Mach Tür zu, mach Tür zu. Close the door. Ich glaube, da kommen zwei von hinten. Oder einer zu. Nein, sieh das in einem Gang. Josh! Du bist der Beste! Josh hat sich gepfert. Josh! 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 Ich brauche dich. Wir sind alle tot, Jungs. Why are you dead? Why are you so? Tim? Komm runter. Ich bin einlebt. Hä? Von wo? Von wo? Ich hab zweifert gelebt. Ich hab zweifert gelebt. Wo war die? Wo hat sie mich gesehen? Ich glaub, die waren hier. Hinter mir. Englisch ist great. Mach mir deine Zeit hier. Oh, Josh, please! Josh! Joel, Josh! Verhandlung! Geh, geh, geh! Ich geh, ich geh, ich geh! Josh! Oh, Will! Renn, Nevyu! George, du bist der Beste! Nein, Josh! Ist du, zieh vor, Sofa! Nevyu! Schatz, warte. Digga, halt den Maul jetzt. Konzentration. Ich nutze einen Eich, Renor. Ich hab 24 AP. Was will ich hier nutzen? Halt den Maul kurz. Kuss, Josh. Na! Ich werd eingezogen! Ja, bin fast tot! Oh, du Hurensohn! Ja, komische Line-Up-Team! Josh hat 5 Leben! Ja! Zieht durch! Rett weg! Nein, nein, weh, Josh! Boah! Digga, du Hurensohn, Mann! Sagen Sie es nicht! Sagen Sie es nicht! Sagen Sie es nicht! Sagen Sie es nicht! Tschüss, ist geballt! Hagen Sie es nicht! Wie viel er geht? Oh, sorry! Oh, sorry! Ne, gib mir das Maul, ich hab Plänen! Ich hab mit Ulti hin! Ich hab mit Ulti hin! Ich hab hinter die mit Ulti! Noch mal ein bisschen! Na, raus! Gehen wir raus! Gehen wir raus! Na, raus! Wo stehen die? Hinter uns, hinter uns! Tim, du hast keinen einzigen Korrel gegeben, wo die stehen, du Bastard! Ja, ich hab auch nicht gesehen, ich bin direkt angeschossen! Ja, wir gehen! Warum läuft's doch mit? Du musst! Wo waren die? Die war oben! Ja, ist over! Ja, ist over! Mit Lärm, Fick! Du siehst, hast du dann da, bitte! Ich hab' die Fusen! Alles! Ich hab' die Fusen! Stark! Muss Lachen, Lachen, Lachen! Never give up! Keep going! No matter what you do, keep smiling! Wow, Digga! Hä? Wann war sie denn da? Nein! Oh, Mann! Ja, call doch! Was? Du bist so scheiße! Das ist auch Campen! Die kommen gleich bei mir! Doch nicht! Nein, bei mir, Josh! Ich camp aber unten! Opa! 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 Ja, bleibt einfach da! Nice! Wuh! Komm, die kommen wieder zurück, Jungs! Ah ja, stopp, stopp, stopp! Okay, wir warten jetzt! Achtung! Das ist reviviert! Das ist reviviert! Phoenix, hier bei mir! Achtung! 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 Alle geblendet! Ja, fu**! Mach's, mach's, mach's! Haha! Josh, take care of the back of us! Josh, you got the ass! Josh, you don't listen to me! Hinter, hinter, hinter uns! Hab sie! Nein, ich bin tot! Digga, Tim! Du bist so ein dummer Bastard! Ich bin oft in eine Anleiger auf der Warte-Wand! Ich werde reingezogen! Was ist das für eine Scheiße? Digga, Tim läuft in das Scheiß-Feuer von Phoenix rein! Aufersehen, Digga! Aufersehen, ich fick dann aus! Digga, Tim, du bist an einer Phoenix-Wall gestorben! An einer Phoenix-Wall! Digga, du hast ja nicht gesehen, Digga! Du bist behindert! Ich bin wirklich verblieben! Josh! Du musst konzentrieren! Nice! Jungs, konzentrieren! Wenn wir das verloren haben, ist es over! Ja, wegen Josh verloren, ehrlich! Ich würde jetzt sagen, äh, rotaten, ne? Lass uns mitgehen! Geh schneller! Doch, mit! Es muss Eis breit! Ja! Bitte! Bitte! Please! Konzentration! Du musst placen gehen! Meinen Dings hat's nicht geschafft! Josh! Unten, guck unten in der Buchs! Und guck und da placen! Nein, nein! Josh! 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 Ich f*** dich! Ich f*** dich, du Bastard! Fuck you! So, Freunde, die nächste Runde war eher langweilig, deswegen gab es nur die besten Momente! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Hilfe Jungs! Hab ihn! Schön! Der Spike ist bei uns! Ach, wann! Wie gehst du? Junge! Falsche Richtung! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Du bist tot! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Renn weg! Zieh durch! Zieh durch! Ich f*** mich! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Nimm dich! Renn weg! Oh mein Gott! Ich f*** dich! Auch wenn wir B gehen! Was sponder bleiben! Ich f*** dich. Ich f*** dich! Dicken! Ach, ey! Ich hab noch diesen Heldestein eingeholt mit den Killz-Fass. Ich h*** dich eingerackt. Ich sehe eigentlich Silber oder so. so freunde das war es mit dem video leider gesehen wir haben gold nicht geschafft es war immer knapp es war immer wir waren eigentlich nicht schlecht dabei aber es wurde immer am schluss natürlich leider knapp ja ich bin ein bisschen gebrochen immer verloren scheiß schon ein bisschen rein weil ich ja freunde das video gefallen hat dann ein like da den kanal und ja bis zum nächsten